hallo youtube moin moin aus göttingen tom hier von roll on the friday bei launch movie ich habe euch heute ein schönes pattern mitgebracht für die snare drum nennt sich left hand blaster das wird euch eure linke hand quasi nach vorne katapultieren schön mit bedacht üben nicht zu schnell anfangen einfach langsam anfangen zu spielen ich habe schon in den letzten wochen hier einige tutorials für die snare drum halt veröffentlicht die werde ich mal da oben sozusagen verlinken und die könnt ihr euch auch noch einziehen auch ganz gut und was ihr noch machen könnt ist lasst ein mag mich da wenn das nicht mögt dann drückt bitte zweimal auf nicht mögen ist auch völlig in ordnung und abonniert den kanal das wäre natürlich super klasse vielen dank schon mal dafür jetzt geht es erst mal los hier zu unserem tollen pattern left hand blasser viel spaß damit so meine lieben das war schon wieder für heute mit roll on the friday für viel spaß mit dem left hand blaster und ich hoffe wir sehen uns nächste woche freitag wieder bis dahin macht's gut schöne zeit bye bye